Der Garde-Soldat zeichnet sich speziell durch eiserne Disziplin und Durchhaltevermögen. Diese Attribute werden dem Soldaten während der gesamten Grundwehrdienstzeit abverlangt und speziell durch den Exerzierdienst geschult. Der Parade-Exerzierdienst ist der Mittelpunkt der Ausbildung des Garde-Soldaten. Gewehrgriff und das Marschieren werden durch ständige Ausbildung näher an die Perfektion herangedrillt. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Garde ist die Repräsentationseinheit des österreichischen Bundesheilers und vertritt die Republik Österreich bei Veranstaltungen in der Öffentlichkeit. Wie zum Beispiel Staatsempfängen, Akkredierungen, Defilierungen, Kranzniederlegungen und andere Veranstaltungen mit öffentlichkeitswirkenden Hintergrund. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018